moin moin leute ich freue mich dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video heute werden wir uns mal mit dem zweiten chara beschäftigen den liga gemacht habe ich auch schon letzte liga gemacht haben der aber noch einige zusätze bekommen hat also so ein stealth pass weil er viele sachen mit benutzt die halt jetzt dazu haben dazu jetzt zum beispiel glänz im blau für block charaktere wenn ich noch zu sprechen kommen was das genau ist und natürlich zum beispiel auch dass wir den enden cry viel besser bin aber wenn wir nicht darauf zu sprechen kommen jetzt alles werden wir mal zeigen in der t14 map die hier noch hin hatte wie er denn aussieht das gameplay dann aussieht weil wird oft geschrieben dass ich zu wenig gameplay zeigt und stimmt und ich bin eigentlich jemand der hasst wenn kein gameplay gezeigt wird also im endeffekt funktioniert das bild einfach nur indem wir unseren auto hit quasi machen in unserem falle barrage und wir währenddessen verschiedene spells trigger in unserem fall ist es dann im endgame volatile dead volatile dead ist ein spell der leichen konsumiert und aus diesen leichen quasi dann feuerbälle spawnen das heißt die gegner dann heimsuchen auch mal ganz kurz die mtx ausmachen da sieht man es deutlich besser diese welle werden dann quasi suchen automatisch gegner in der nähe und greifen diese an bis sie explodieren wenn sie einen gegner gefunden haben das heißt weil wir wie gesagt weil wir wie gesagt leichen brauchen um diese belle zu spawnen spellslinger prädestiniert führen denn spellslinger kann im endeffekt viele sachen automatisieren deswegen haben wir zum beispiel ein spellslinger der desecrate spammt desecrate gibt uns im endeffekt leichen und der andere gibt uns dann die feuerbälle quasi werden auslässig funktioniert werde ich gleich noch mal ganz klar darauf zu sprechen kommen weil es da relativ viele unklarheiten oft gibt weil es auch ein relativ einzigartiger spell ist ja den es an sich so in der form gar nicht gibt deswegen da komplett normal gerade als einsteiger wenn man da ja gerade die mechanik nicht genau versteht das bild an sich ist sehr einsteiger freundlich vom playstyle her es funktioniert sehr gut auch ohne gier wie gesagt wir laufen mit dem 14 haben eine tabula an der rest ist auch noch relativ frisch gekauft also das ist hier kein endgame sonstwas gier und der char funktioniert wie gesagt sehr sehr smooth ohne irgendwas man muss nur verstehen quasi wie man den damage macht wie spellslinger funktioniert und das habe ich jetzt halt gemerkt kann mitunter automatisch sein man muss halt doch ein bisschen mehr lesen als es beim beim cyclen relativ klar ist man drückt cyclen und man dreht sich und macht schaden ist ja deutlich simpler nichtsdestotrotz will ich hier kein damit abschrecken das bild ist vom gameplay her und was es kann sehr sehr einsteiger freundlich einfach mal auf dem boden setzen ein bisschen was sie die mechanik studieren ist jetzt zehn minuten gegessen und dann könnt ihr wunderbar damit leveln aber auch für die leute die jetzt vielleicht der playstation erst anfangen wir sehen hier wir haben gerade ja ein bisschen mehr als 5000 leben ist jetzt noch nicht die welt und haben wir eigentlich keine probleme sowohl mit der volubility als auch mit schaden den haus teilen werden wir gleich noch zu sprechen kommen wir werden beim level prozess nicht volatilette spielen sondern mit arc war lightning und rifle conviction das leveling setup beziehungsweise das normale setup hier ist eins zu eins das von scissoran wir haben das level setup ein bisschen vereinfacht gerade auch für anfänger weil es ein bisschen überladen war fand ich persönlich und ja es war halt für racer wo man halt sehr optimiert vorgeht wir haben es ein bisschen vereinfacht um das ganze ein bisschen darzustellen so mache ich mal ganz kurz die in die rein also zu allererst werden wir die welzlinge mechanik erklären denn darum dreht sich ja quasi im gesamten bild bei uns also so was das best länger das best länger ist ein gilt gem der eine support gem heil hat sag ich mal was macht das ganze ganz einfach wir können jegliche spells was jetzt immer ganz einfach damit verlinken in unserem fall verlinken wir mal volatilette das wollte das wenn ich bis hin als schlechtes beispiel wir machen wir das a great is a great bond leichen haben wir es mit spells linger verlinkt wenn wir jetzt normal angreifen wir machen den anderen aus das verwirrt wenn wir jetzt normal angreifen passiert nichts wir greifen an das ist orange wenn wir genauso gut autos nehmen auch einfach verständlich zu machen nichts passiert außer der autoritzel war wenn wir jetzt aber jetzt best länger an machen also wie wir maler je nachdem wie viel support gems mit drin sind je mehr mana reservieren wir wenn wir jetzt angreifen auch mit dem auto mit der default attack triggern wir bei jedem auto hit den spell der mit spells linger verbunden ist wenn wir ich mag es mal hier vorne rein wenn wir die aura aktiviert haben also der spell selber der ist nicht benutzbar wir können die skills nicht direkt benutzen wir können sie nur triggern über unseren auto attack und was ihr vorher machen müsst ihr müsst dieses spells linger skill in eurer leiste aktivieren wenn er nicht aktiviert ist passiert genau gar nichts das sollte erstmal klar sein jetzt schauen wir das bisschen hoch also wir haben jetzt den 1 spells linger und hier wir nehmen den 1 spells linger jetzt mit desecrate spells linger und spell cascade spell cascade ist nur ein support jam dass wir mehrere desecrate auf einmal supporten das ist erstmal klar soweit und jetzt kommt halt das lustige wenn wir jetzt volatile dead mit spell cascade in einen weiteren spells linger haben den auch aktivieren brauchen wieder mana dann haben wir die möglichkeit nicht nur leicht zu spawnen sondern leichen auch zu konsumieren und da dann die kugeln raus zu spawnen wenn wir das machen haben wir quasi eine ja ich sag mal das ok ist keine loop halt sehr coole trigger kombi das würzen wir dann halt noch mit einigen support gems und später dann noch mit detonate dead für bisschen mehr single target und dann haben wir im endeffekt ja diesen ketten effekt das coole ist wir können das nicht nur mit der default attack triggern sondern wir können das mit jeder wand attack triggern wir brauchen auf jeden fall den wand und egal mit welcher attack solange es eine wand attack ist können wir das ganze triggern das heißt wir können jetzt auch so was nehmen wie barrage was an sich schneller angreift als eine default attack hier haben wir attack dann von 0,7 9 über attack dann von 0,56 und wir sehen wir können aber deutlich schneller triggern manche nehmen auch frenzy rein und nicht für rush irgendwie flüssiger anzuspielen wir können natürlich auch gerne mit frenzy das ganze probieren beim level setup ist eh frenzy dabei da könnt ihr dann beim übergang schauen ins endgame wie es für euch funktioniert aber wie gesagt ganz wichtig spell slinger muss mit dem spell gelingt sein den ihr triggern wollt und dann müsst ihr spell slinger in der leiste aktivieren wie eine aura dann dass ihr mana reserviert und dann könnt ihr mit einer default attack oder einer leaving ward attack frenzy barrage kinetic bolt alles mögliche könnt ihr dann automatisch alles triggern was mit spell slinger die aktiviert sind verbunden ist in unserem fall halt oder der nette er so great dann habt ihr diese loop im level prozess wenn wir jetzt mal anschauen haben sie das ganze ein bisschen anders aus wir werden nämlich nicht mit volatil datler will sondern mit arg und lightning und web conviction wie gesagt ist an sich der grundgedanke von systemen wir haben es hier halt noch mal ein bisschen runter gebrochen und ja das ist schon die runter gebrochene version weil viele mir auch gemeint haben dass es relativ unübersichtlich ist weil wie gesagt das ist ein race setup bei saison wo viel 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 genauer gearbeitet wird da wird dann halt bis level 12 mit freezing zu leveln wird dann halt nochmal drei zwischenschritte gemacht wo ich aber finde freezing puls recht mega easy zu leveln für bis arg und deswegen hier ein bisschen runter gebrochen und halt wieder in der sheet wie wir es halt immer machen wir machen mit euch am anfang haben wir freezing puls und können mit onslaught und arcansearch linken auf level 4 bekommen wir dann frost blink arcansearch dann können wir auf level 8 arcansearch und freezing puls mit added lighting austauschen auf level 10 bekommen wir dann flame dash auf level 12 werden wir dann unseren freezing puls setup in arc um auf level 16 bekommen wir dann herald of ice habe noch thunder dazu dann bekommen wir enduring cry auch noch aber man schaut ob man es benutzen will ist das noch nicht instant zu dem zeitpunkt auf level 18 bekommen wir dann control destruction in unser arc setup was wenn ihr nur drei links habt onslaught ersetzen sollte damit wir einfach ein bisschen mehr damage haben ansonsten kommt bei flame dash und arcansearch an faster casting dazu arcansearch müsst ihr nicht immer leveln könnt ihr auch ein bisschen lower lassen damit es öfter getriggert wird weil arcansearch gibt euch ein buff wenn ihr so und so viel mana benutzt habt wenn ihr aber das mit flamendash benutzt habt oder flamendash benutzt kann es sein dass ihr arcansearch lieber ein bisschen lower gelevelt haben wollt damit es öfter triggert nach jedem flamendash vielleicht sogar triggert und das setup bei 18 lassen wir dann so bis 24 und ab 24 könnt ihr dann aufs belzlinger wechseln haut bisschen ob ihr auch genug links überhaupt in eure bild habt denn ihr braucht halt schon drei bis vier setups und hier fängt es an wie gesagt wir haben hier einmal francy und fast attacks das ist dazu da um dann unsere felslinger zu spiegern wenn sie ist quasi unsere want attack aus der text damit wir schneller angreifen bleibt gleich und jetzt fangen wir hier an wir haben drei setups in der reihenfolge soll die ihr so auch haben wenn ihr nicht alle auf einmal haben könnt also arc 1. prio war lighting 2. prio wave of conviction 3. prio ihr müsst auf jeden fall immer spellslinger mit gelingt haben weil sonst könnt ihr sie nicht triggern die anderen support troops sind dann optional aber helfen natürlich sehr den damage hoch zu ganz wichtig ist auch im leveling tree die reihenfolge club so gemacht um alle drei sachen auf einmal anhaben zu können arc, ball lighting, rev conviction, alle mit spellslinger und den support gems wisst ihr auf jeden fall sehr früh ähm silver rain gravity mit skilln weil ihr hier sechs prozent vier prozent und nochmal vier prozent also insgesamt 14 prozent reduced mana reserve bekommt das ist ganz ganz wichtig ansonsten könnt ihr die drei setups nicht anschalten ohne dass euch das mana ausgeht ganz ganz wichtig was beim mana auch noch ganz wichtig ist euren kill mit dem ihr felzlinger triggert levelt ihr nicht barrage, frenzy, was auch immer ihr nehmt nicht leveln ihr bekommt sonst relativ schnelle probleme wo ihr ähm keinen äh kein mana mehr übrig habt und so lower das level ist desto niedriger sind auch die mana kosten desto niedriger die mana kosten desto eher könnt ihr es halt quasi spammen ohne dass euch das mana ausgeht ohne dass ihr viel mana regt braucht denn frenzy, barrage, was auch immer ihr zum triggern benutzt das macht keinen damage wenn ihr hier drüber geht mit der maus 300 damage macht das bei mir also das ist nicht die damage quelle die damage quelle ist volatile dead bzw bei euch dann arg born lightning das heißt wenn ihr mit dem mana nicht hinterher kommt versucht euch nochmal einen barrage oder einen frenzy level 1 zu holen damit zu spielen support gems könnt ihr leveln ähm das ändert nichts daran wie viel es kostet also nicht das level der support gems und ja das ist nochmal ein kleiner tipp weil ich hab jetzt auch oft gesehen dass viele den leveln und dann relativ schnell mit das Problem mit mana bekommen weil wir auch relativ schnell angreifen wollen damit wir schnell triggern und das ist natürlich relativ mana intensiv und ja ähm was auch noch wichtig ist äh oder gutes bisschen herald of ice and herald of thunder lasst ihr dann fallen weil da habt ihr auf keinen fall mehr mana für und es reicht einfach um damage wenn ihr dann die 3 setups habt wenn ihr natürlich nur arg und ball lightning habt drive conviction noch nicht könnt ihr schauen ob ihr einen von den beiden heralds eventuell noch mit anhaben könnt aber das beste setup ab 24 ist auf jeden fall arg, ball lightning und wave of conviction zu haben für die leute die tabula rasa haben die können sich das setup ein bisschen vereinfachen ähm ihr könnt ähm kann ich mir mal ganz kurz ihr könnt dann ein setup haben zum beispiel wenn ihr eine tabula haben solltet heißt dann könnt ihr auch sowas machen wie arg felslinger elemental focus lightning penetration ähm 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 lower projectiles und dann noch ball lightning mit rein denn dann habt ihr quasi könnt ihr ein setup utilisen aber halt ähm ein setup utilisen aber könnt euch halt ein bisschen ähm links sparen denn das größte problem beim leveln sind meistens ähm die links ready zu haben das heißt wenn ihr eine tabula habt versucht dann nicht einen arg mit sechs links rein zu machen sondern macht einfach sowas rein weil dann habt ihr im endeffekt ähm arg und ball lightning zusammen mit einem spell slinger spart ihr nochmal ein ähm kostet trotzdem relativ viel mana weil ähm spell slinger kostet mehr mana wenn ihr mehr active skill gems mit drin habt aber so habe ich mit meiner tabula dann zum beispiel gelovellt da könnt ihr euch das halt ähm portia hat keine drei setups sondern hat nur zwei setups was halt deutlich einfacher ist beim leveln ähm nah zu erzielen weil ich weiß furchtbar ist es ähm so viel setups beim leveln mit drin zu haben aber es lohnt sich auf jeden fall wir hatten einen mega starken level run im bild ok wir hatten level items aber trotzdem ähm das setup an sich ist einfach sehr sehr stark da geht ja da geht nicht mehr und ja wie gesagt wenn ihr euch damit dann auseinander gesetzt habt kommt dann auf 38 noch mal eine verbesserung da könnt ihr franzi fast detects theoretisch mit curse on hit und elemental weakness ähm linken macht nochmal ein bisschen damage gerade auch ums hitl target ist aber nicht nötig also wenn ihr das gar nicht habt dann ähm lasst das einfach weg ansonsten kommt dann könnt ihr dann ich glaube schon bei 38 und nicht nur bei äh bei 31 nicht bei 38 könnt ihr dann Second Wind und Increased Spation auch bei Enduring Cry mit dazu machen Second Wind gibt euch mehr cooler Recovery Speed für Enduring Cry das heißt ihr könnt ihn öfter einsetzen und Increased Duration könnt ihr benutzen damit Enduring Cry länger hält aber ganz vielleicht eine ganz coole Info sobald ihr hier unten diese Note geskillt habt Call to Arms Using War Crisis Instant könnt ihr es ist nicht optimal aber es hilft einfach es effektiver zu benutzen Enduring Cry auf links klick machen das bedeutet nämlich immer wenn ihr lauft auch wenn ihr gedrückt haltet wird das immer genutzt sobald er ready ist es ist nicht immer der beste Fall es so zu benutzen weil manchmal kann es ja sein oh ihr droppt low ihr wollt oder ihr wisst es kommt ein Angriff und ihr wollt Enduring Cry aufheben weil ihr wisst okay gleich muss ich mich heilen dann ist blöd wenn er auf cooldown ist aber ich persönlich weiß genau wie gut ich den drücken würde wenn ich nicht auf nichts klick habe deswegen habe ich mir einfach auf die linke Maustaste gelegt und fertig wie gesagt erst machen wenn ihr hier Call to Arms habt dass eure War Cry auch Instant ist ansonsten würdet ihr halt immer stehen bleiben und das würde ja mehr nerven als helfen kommen wir vielleicht nochmal so zu anderen Mechaniken warum der Bild so stark ist wir haben klar wir nehmen jetzt Call to Arms mit damit wir halt Enduring Cry permanent haben wenn wir hier die zwei Enduring Charges mitgeskilled haben bedeutet das wir haben permanent 5 Enduring Charges das war so sehr sehr viel Physical Reduction gibt im weiteren skillen wir Glancing Blow mit Glancing Blow war früher ein Keystone von den Timeless Jewels jetzt ist es im normalen Tree enthalten unsere Chance zu Block Attack und Spell Damage wird quasi verdoppelt dafür blocken wir aber keine Hits mehr zu 100% sondern nur noch zu 50% das heißt alle Angriffe die uns treffen und die wir geblockt bekommen treffen wir uns nur zu 50% also ist quasi nochmal ein 50% Damage Reduction on top diese 50% äh diese Block Chains bekommen wir relativ einfach durch Mysteries of Sacrifice your offering skills also affect you bedeutet Offerings ganz kurz Offerings sind Skills die Leichen benutzen um eigentlich Minions zu buffen in dem Fall buffen sie aber auch uns wir haben Bone Offerings was uns Block Chains für Spell und Attack Damage gibt was wir später automatisch mit unseren Trigger A Socketed Spell when you use it kill want triggern wenn wir das noch nicht haben können wir das theoretisch auch ins Castle Damage Taken Setup mit rein machen aber später dann ist es das optimale Trigger A Socketed Spell when you use it kill dadurch können wir automatisch immer Bone Offerings triggern und da wir Glänzungen Blow haben bekommen wir einfach nur dadurch schon beide Block Chains einen Unscam das heißt 75% ist das normale Cap das heißt 1% fehlen sogar müssen wir mal schauen wo wir es herbekommen aber wie gesagt das macht den Podcast nicht fett wir haben auf jeden Fall dadurch nochmal 75% Block Chains für Spells und für Attacks einfach so und top aber nur durch die Note was uns halt nochmal gerade im Leaks hat sehr 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 stark macht und ja alle die beiden Notes die halt dazu kamen gleich zuletztes Season machen das ganze so viel einsteiger freundlicher wir sind so viel tankier und ja ich bin einfach grad mega zufrieden mit dem Bild es geht wirklich sehr 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 gut ab wie gesagt wir sind haben gerade 5000 Leben wir haben nur eine Tabula Rasa an fühlen uns trotzdem sehr sehr tanky wir haben auch schon T16 Labs gemacht wir haben schon wir haben unseren ganzen Cyrus gekillt und alles eigentlich ohne große Probleme Cyrus bin ich halt gestorben weil ich den Kampf lange nicht mehr ohne Harald Stacker gemacht habe aber hey ansonsten ist das wirklich ähm ziemliche Wucht ansonsten kommen wir vielleicht nochmal zu Soul Tether im Endeffekt wenn wir hier wenn wir alt drücken sehen wir hier die Advanced Water Description was macht Immortal Ambition wenn was das andere macht ist relativ klar Gain 6% of Maximum Life as Extreme Maximum Energy Shield bedeutet 6% von unserem Leben kommen wir als Energy Shield deswegen haben wir hier nochmal 5600 Energy Shield on Top was macht Immortal Ambition Energy Shield starts at Zero das heißt Energy Shield ist bei uns immer bei Null weil wir weder rechargen können noch regeneraten können und wir verlieren alle jede Sekunde 5% von unserem Energy Shield das heißt wenn wir nichts machen ist es schaden wir sich immer bei Null also im Endeffekt ist die Mechanik vom Energy Shield ein bisschen umgedreht normalerweise haben wir immer Energy Shield was sich langsam auflädt und dann runter geht wenn wir Schaden bekommen jetzt kommt aber der coole Effekt live leech effects are not removed at full life live leech effects recover energy shield instead while on full life das bedeutet wir haben im Endeffekt also da muss man erstmal verstehen wie Leech funktioniert Leech funktioniert so wenn wir Hidden und Live Leech haben für die jeweilige Ressource dann erzeugen wir eine Instanz die für uns Live Leech die Instanz hat ein Cap von 10% unserer maximalen Lebensphase pro Sekunde heilen kann und alle Leech Instanzen zusammen killen auf maximal 20% pro Sekunde heilen das Problem ist sobald wir volles Leben haben werden alle Live Leech Instanzen gelöscht das heißt egal wie viel Live Leech wir haben egal wie lange Live Leech noch übrig wäre wir würden den Live Leech Effekt verlieren sobald wir 100% Live haben und da kommt das hier ins Spiel hier ist es halt nicht der Fall hier heißt es wenn wir Live Leech wenn wir Live Leech und unser Live Volles gilt unser Live Leech automatisch für das Energy Sheep und es wird halt nicht removed das heißt um mal eine Situation darzustellen angenommen wir haben jetzt Live Leech und wir laufen weg und wir bekommen jetzt oder wir sind auf 50% Leben wir leechen live wir laufen weg bekommen dann aber irgendwie noch einen Dot drauf waren kurz davor aber full live bedeutet das wir haben kein Live Leech mehr wir droppen wir droppen deutlich mehr als wenn wir gerade leechen würden und das bedeutet dass wir halt relativ schnell in Gefahr laufen Damage zu bekommen oder Damage nicht gut negieren zu können wenn wir nicht angreifen weil Live Leech meistens nur direkt ist wenn wir angreifen weil wir relativ oft dann ja auch wieder voll sind und das folgt im Endeffekt dagegen und das der Belt ist gar nicht so teuer gerade und er hat nochmal In drauf was wir auch glaube ich auch brauchen deswegen ist es eine gute Alternative für irgendeinen gelben Belt natürlich könnt ihr auch einfach eine gelbe Belt nehmen mit Live und Resis drauf natürlich genauso aber dieses Live Leech Mechanik ist ganz cool ist im Endeffekt die die der Slayer auch hat und die habe ich eigentlich ganz gerne gerade jetzt am Leakstart kommen wir nochmal zu dem Punkt die Sachen Live Leech wir machen Feuer Damage und ich empfehle euch relativ früh einfach so einen Amulett euch zu holen wo drauf ist Fire Damage Leech ist Live es ist die einfachste Quelle euren Fire Damage quasi als Live Leech zu bekommen weil ansonsten ist es immer relativ schwer und die meisten Spell Damage Nodes wie hier zum Beispiel die zählen für Energy Shield Leech und nicht für Live Leech deswegen einfach mal auf der Tradesseite eingeben Fire Damage Leech ist Live meistens auf Amulett vor allem durch irgendwas mit ein bisschen Live Spell Damage Fire Resi ist dann immer drauf weil halt der Fire Leech Motten Fried ist mit Fire Resi und die haben da vollkommen abgesichert wenn wir gerade beim Amulett sind Allocates Undertaker Undertaker ist ein neues Cluster bzw. ein Notable in einem neuen Cluster was mit Leichen zu tun hat 3% Increased Damage wenn wir eine Leiche konsumiert haben Desecrate hat ein Maximum von plus 2 Korps ist was immer ganz cool ist und wir regenerieren 2% Live wenn wir eine Leiche in den letzten 4 Sekunden benutzt haben ist sehr sehr gut Ansonsten kommen wir mal zu dem Setup was wir jetzt hier im Late Game anhaben wir haben in unserer Brust Volatile Dead mit Battle Dead zusammen mit Inspiration Glutermia Spell Cascade und natürlich Space Klinger drin Spell Cascade ist denke ich mal selbst erklärend Spell Cascade sorgt dafür dass wir statt einer sorgt dafür dass wir statt einem Feld drei Felder erzeugen das gilt dann auch bei Volatile Dead dass wir statt einem Feld was Kugeln erzeugt dann drei Felder erzeugen was Kugeln erzeugt was quasi einfach uns mehr Kugeln gibt bei Dead to Night dasselbe hat eigentlich auch eine Fläche die halt quasi Leichen konstruiert ist dann halt auch verdreifacht Inspiration gibt uns im Endeffekt viel Elemental Damage wirklich viel Nachteil ist wir können Inspiration an sich nicht trillern Inspiration funktioniert so dass wir wenn wir Mana verbrauchen mit einem Spell oder mit einem Skill mit dem Inspiration gelinkt ist bekommen wir Inspiration Charges das Problem ist wir benutzen Volatile Dead ja an sich nicht sondern wir benutzen es als getriggerte Version und da zählt Inspiration nicht deswegen machen wir hier einen kleinen Trick wir nehmen Inspiration bei unserem Barrage bzw. Francie mit rein und bekommen dadurch quasi die Inspiration Charges und wenn wir die Inspiration Charges aus einer anderen Quelle bekommen profitiert trotzdem Volatile Dead von den Inspiration Charges also wir haben trotzdem diese More Elemental Amage zum Beispiel und das ist halt ganz cool so können wir halt quasi Inspiration ähm dadurch benutzen letzter Support Jam ist Hypothermia wo mich oft Leute fragen ist das nicht für Cold Damage tendenziell ja aber wir haben den letzten Part Supported Skills deal 38% more Damage with Hits against Schilled Enemies das ist eigentlich nur ein More Multiplier gegen Schilled Enemies jetzt fragt man sich natürlich ok wo chillen wir ganz einfach wir chillen durch Cops Packed Cops Packed gibt uns den Effekt Enemies near Corses you spawned recently are chilled das heißt immer wenn wir eine Leiche bei einem Gegner spawnen ist er automatisch gechillt für die nächsten 4 Sekunden das heißt eigentlich ist immer wenn wir den Gegner angreifen ist er gechillt wir bekommen diesen More Multiplier von diesem Project ansonsten können wir auch nochmal ähm da geht gleich nochmal die ersten Endenzi genau durch ähm haben wir erstmal den abgepackt wir haben den zweiten Spellslinger haben wir wieder mit Spell Cascade und Desecrate was quasi unsere Leichen spawnt dann haben wir hier ähm Enduring Cry zusammen mit Blood Magic und Destination wenn ihr genug Banner habt und kein Blood Magic dafür braucht dann könnt ihr theoretisch hier auch Second Wind rein nehmen dann habt ihr es nämlich öfter aktiv und hier ist ein Portal Jam nochmal für unseren Land Soccer ganz einfach dass wir weniger Portal Scrolls verbrauchen in unseren Schuhen haben wir momentan Barrage drin wie gesagt könnt ihr auch probieren mit Frenzy zu spielen ich finde Barrage aber besser ähm wenn ihr Barrage nehmt nehmt ihr Fast Attacks als Support wenn ihr Frenzy nehmt nehmt ihr Barrage als Support das nur mal als kleiner Sprit ansonsten mit Inspiration weil wir hier wie gesagt unsere Inspiration Charges damit aufbauen und mit Combustion 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 funktioniert so dass wenn wir den Gegner angreifen Fire Damage machen machen wir im Endeffekt ne Minus Resi auf den Gegner diese Minus Resi zählt dann natürlich auch für Volatile Dead dadurch können wir quasi indirekt Volatile Dead supporten dabei ist auch wichtig dass ihr wenn ihr auf euren Barrage geht wie hier zum Beispiel dass ihr auch Fire Damage macht wenn ihr keinen Fire Damage mit Barrage macht könnt ihr Gegner auch nicht hier kneiten und ähm ihr bekommt den Bonus nicht dann könnt ihr auch was anderes reinnehmen also das ist ganz wichtig dass ihr da irgendwo ich glaube in unserem Fall haben wir hier ein bisschen Fire Damage ich glaube in erster Linie ja Fire Damage drauf und ja das ist halt wie gesagt wichtig ansonsten könnt ihr euch Cobastisch sparen und ansonsten haben wir hier oben einen Castle Level Staken mit Morton Shell Setup in unserem Fall Level 7 Level 13 und haben hier Flamedash mit Arcan Surge drin in unserem Wand weil wir gerade einen Trigger Wand haben das ist ein ähm Craft für den Suffix ähm ich kann ihn momentan noch nicht ich habe ihn mir auch craften lassen fragt einfach mal ein bisschen bei Streamern rum ob sie den Craft haben der kostet 4 Chaos meistens Streamer verlangen auch keine wirkliche FG und ja dann habt ihr das wenn ihr es habt macht ihr Bone Offering Rev Conviction ich habe das Schild rein Leute ihr könnt ihr mal in die Buff Liste schauen wir haben nebenbei permanent Bone Offering und Tempest Shield offen und wir machen immer mal diese ich weiß nicht ich weiß nicht vielleicht diese Welle hier die immer mal kommt Wrath of Conviction Wrath of Conviction macht nochmal die Resis von den Gegnern lower Bone Offering gibt es wie gesagt die Blockchains und Tempest Shield gibt es auch nochmal extra Blockchains wenn ihr das nicht habt Trigger Gem würdet ihr in das Castle Level Staken Setup Bone Offering und Tempest Shield mit rein nehmen und Flame Dash dann halt in die Waffe machen und das dann natürlich alles zusammen linken das Castle Level Staken dann quasi auch Tempest Shield und Bone Offering linken wie gesagt wenn man die Trigger Waffe hat dann nehmt ihr das dann ansonsten an Items was wir drauf haben wir haben ganz normale Items auf allen Games im Leben ist an sich nicht nur Live und Tracys drauf da ist nichts Spezielles außer wie gesagt das Amulett mit 2 damage Leads live bekommt ihr aber für ein Chaos ganz billig wenn ihr halt irgendeines nehmt und das reicht am Anfang erst mal bei der Waffe ist es relativ wichtig und da kommen wir nochmal zu einer Eigenschaft von Spellslinger Spellslinger konvertiert 100% vom Damage von eurem Wands zu Added Spell Damage das bedeutet dass wenn ihr jetzt hier drauf hättet statt Fire Damage zu Spells ihr Fire Damage drauf hättet würde Spellslinger trotzdem dem Fire Damage als Fire Damage zu Spellslingen das heißt ihr habt eine relativ große Auswahl an Wands und da werden wir jetzt hier mal ganz kurz ein Beispiel zeigen wie ich jetzt zum Beispiel meine Wands gesucht habe ihr wollt erstmal machen wir hier mal Count ihr wollt erstmal auf jeden Fall Spell Damage haben oder Fire Damage ist in unserem Fall ja an sich dasselbe wir sagen hier Count einer davon wollen wir haben erstmal 15 machen wir eine neue Group Count wir wollen Fire Damage zu Spells und jetzt kommt es halt oder einfach nur Fire Damage weil das für uns wie gesagt beides gleich ist ähm und dann können wir halt noch sowas obwohl vielleicht eigentlich schon erstmal können hier theoretisch noch sagen ähm dass wir ein Suffix frei haben wollen ähm ähm Empty Suffix und dann bekommen wir jetzt alle Zauberstäbe die entweder Fire Damage oder Spell Damage haben und die entweder Fire Damage oder Spells oder Fire Damage haben schauen wir mal ganz kurz und das geht ja ganz billig schon los ähm und dann können wir mal schauen geht wie gesagt relativ billig los geht wie gesagt relativ billig los können hier mal einfach noch Fire Damage für Spells sortieren ähm wir geben mal ein maximal 5 Chaos wie gesagt wir gehen jetzt davon aus das Starter Build ist und dann haben wir hier zum Beispiel einen okay mit Car Speed ist nicht unbedingt das optimalste ähm dann haben wir hier zum Beispiel einen mit Fire Damage Fire Damage für Spells okay das ist ein Craft das ist recht dann hat hier sowas ähm Spell Damage Fire Damage für Spells und ein Suffix offen auch wenn Increased Car Speed ist implizit jetzt nicht das beste ist dann eher ich habe sowas hier zum Beispiel auch noch offen hat sogar Fire Pan der ist schon ich glaube ein bisschen mehr Damage an sich wie gesagt das ist so die ähm Methode wie ihr relativ einfach an den Sauerstab kommt es ist wie gesagt nicht wirklich schwer an den Sauerstab kommt weil ihr halt sehr flexibel seid ähm was halt ja Added to Spells oder Added Damage ist halt komplett egal und ja es geht halt sehr sehr gut dadurch und ja ansonsten da haben wir denke ich mal dann hier alles abgeklärt ähm Alternative zu Tabula ist später natürlich entweder Impulsar oder man spielt dann Lowlife mit einer Chephron wir werden denke ich später auf einer Chephron spielen ähm zur Lowlife Version also auf Energy Shield werde ich da nochmal kommen der Damage ist deutlich besser mit einer Chephron ähm ist natürlich auch ein relativ teures Bild gerade jetzt am Anfang aber ansonsten hoffe ich dass wir jetzt alles abgedeckt haben ich könnte mal ganz kurz die ähm Reihenfolge von den Prästinenzis nehmen zweitererst skillen wir Command of Darkness mit ganz auch aus dem Grund die anderen Sachen die wir später mit skillen sind für Cops Manipulation wir skill wir leveln ja aber mit ähm Arc und Ball Lightning das heißt wir haben noch nichts mit Leichen zu tun deswegen skillen wir als erstes Command of Darkness mit gibt es im Endeffekt ein bisschen Attack Speed ne wir haben keine Auran ähm ähm gibt es im Endeffekt Damage und 30 All Rest jetzt gerade beim Leveln ist 30 All Rest mega gut ähm als zweites auch wenn wir da in den meisten Fällen noch nicht mit ähm Leichen zu tun haben es gehört trotzdem dann Plague Brigger mit gibt es im Endeffekt ähm 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 ein bisschen mehr Damage und ein bisschen weniger Damage taken als drittes nehmen wir dann Cops Pack mit das ist ganz cool weil wir immer mehr Attack Speed bekommen je mehr Leichen wir konsumieren und Attack Speed bedeutet ja dass wir auch immer schneller angreifen das heißt mehr Leichen spawnen das heißt wir konsumieren mehr Leichen ähm das kann sich sehr gut hochschaukeln und wie gesagt hier ist dann drin dass wir alle Gegner automatisch schillen und schocken und als letztes haben wir dann ähm Mistress of Sacrifice was es dann quasi ähm dafür sorgen lässt dass wir unseren Offering Skill also auch auf uns machen denn normalerweise sind Offering Skills nachdem sie Leichen konsumieren nur Buffs für die Gegner und nicht für uns und mit diesem Skillpunkt haben wir dann natürlich auch den Block Effekt von Bone Offering und ja ähm wie immer hier eingeteilt Leveling Setup wie gesagt ähm der Skilltree ist mit einem bestimmten Punkt ähm der Leveling Skilltree ist komplett ähm übernommen weil ich mit dem so smooth gefahren bin äh da habe ich eigentlich nicht gesehen dass wir hätten das ändern müssen und ja wie gesagt kann ich euch nur sehr empfehlen es geht sehr einfach zu Leveln was ich euch wie gesagt empfehlen kann ihr müsst die Mechanik von Spezlinger verstehen was ihr da macht ansonsten habt ihr sehr große Probleme oder macht halt keinen Schaden oder wisst überhaupt gar nicht wie ihr euer Setup baut aber nicht abschrecken lassen es ist einfach zu spielen es ist smooth zu spielen es ist sehr stark auch ohne spezifisches Gear also wenn ihr eine Leak Star da sucht ist das trotzdem eine sehr sehr gute Wahl aber nehmt euch davor halt mal vielleicht ein stündchen Zeit und lest euch da wirklich ein was Spezlinger macht wie gesagt kann ich nur an ein Herz legen und ich habe es jetzt halt gemerkt dass halt oft so die Grund und einfach die Grundlage fehlt was Spezlinger ist naja wie gesagt ansonsten kann ich es euch nur empfehlen macht mega Spaß ähm wir pushen gerade den Atlas ordentlich ähm wie gesagt haben gestern Cyrus gemacht sie ist bei 116 in Atlas Progress wir versuchen heute die restlichen Watchstones zu bekommen mal schauen wie gut wir durchkommen und ansonsten ja wie gesagt schauen wir das Team vorbei wenn es noch weiterfragen gibt wenn ich irgendwas vergessen habe ansonsten wie immer der P.O.B. Link ähm in der Beschreibung ich werde euch auch nochmal den P.O.B. Link ich werde direkt das Video von Ciceroon verlinken ähm wer da die ähm ja nochmal das komplette Setup haben will bei uns ein bisschen runtergebrochen für Leak-Starter für ähm auch P.O.E. Anfänger und ja ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder vielleicht auf Stream wenn ihr Fragen habt ansonsten ähm ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis dahin euer Shorgi Tschüss